An die 20.000 Karten sind bereits verkauft. Alle wollen dabei sein, wenn Robin Hood ab dem 27. Juni mit Pfeil und Bogen auf Niederelsungen schießt und die traditionsreiche Waldbühne zum Sherwood Forest wird. Die Proben laufen auf Hochtouren. Auf und rund um das 1200 besucherfassende Freilichttheater wird mit Hochdruck gearbeitet. Regisseur Arnd Rühl hat im Gespräch mit der HNA erzählt, was das rund 230-köpfige Team bis zum Startschuss noch alles zu bewältigen hat. Unser Bühnenbau muss noch fertiggestellt werden. Man sieht hier hinter uns unsere Fechterkämpfen, die zwar schon einen wunderbaren Job leisten, aber noch ein bisschen besser werden wollen. In Licht- und Tontechnik ist noch einiges zu tun. Das gesamte Umfeld muss für Grillplatz, für das Catering, für unsere Zuschauer noch gebaut oder beendet werden. Robin Hood ist ein großes Abenteuer, bei dem wir viel Wert auf Spektakularität gesetzt haben. Wir sehen eine spannende Geschichte, wir sehen Hühnenkämpfe, wir sehen Pferde und wir sehen das Entstehen der in diesen Jahren 800 Jahre alt gewordenen Magna Carta. Die Premiere wird wunderbar sein, wir arbeiten intensiv seit über einem halben Jahr und ich kann jetzt schon beurteilen, dass es ein wunderbares Stück wird. Die Premiere wird vielleicht werden, dass es ein wunderbar sein wird, die Bebuddosen verw banana-decken gibt. Blossene Wichtальных